Ich habe angefangen, als ich 13 Jahre alt war und ich habe noch 17 Jahre alt. Ich war in einem Taxi, ich habe immer noch gemischt. Es war da um der Westen und war bis dort. Er sagte, ich kann mich nicht mehr, dass ich nicht gehe. Als ich mich war, war ich dort im Kipo. Ich habe alle zwei Hände in den Koffer und meine. Das war mir. Ich habe alle zwei Hände, ich habe alle Hände in den Koffer. Ich habe alle Hände in der Koffer. Ich habe alle Hände, ich habe alle Hände in der Koffer. Ich habe alle Hände in der Koffer. Eine Sache zu machen, ich wollte es etwas machen. Ich hatte etwas zu hören. Ich habe viele Hände in der Koffer. Mal, 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 so.